Servus Moinsen und Hallo hier bei Zoo&Co. Heute geht es um das Thema Erste Hilfe. Bei einem verletzten Tier muss man immer sehr behutsam und vorsichtig sein. Sie haben häufig Schmerzen oder stehen unter Schock, sodass es passieren kann, dass sie auch mal zuschnappen, wenn man sie falsch anpackt oder erschreckt. Auch bei dem eigenen Besitzer. Daher ist Eigenschutz immer das Allerwichtigste. Eine Möglichkeit, das Tier für eine erste Untersuchung ruhig zu stellen, ist die stabile Seitenlage. Dafür haltet ihr die untenliegenden Beine fest, dann kann das Tier sich nicht mehr drehen. Sollte das Tier aber bluten, verwendet bitte ein sauberes Tuch oder eine Bandage, um die Blutung zu stoppen. Drückt es fest auf die Wunde und umwickelt es am besten dann mit einem Flexband. So ein Band sollte eigentlich jeder Hundehalter dabei haben, denn die halten deutlich besser als irgendwelche Pflaster. Dann sollte das Tier aber auch auf dem schnellsten Weg zum Tierarzt gebracht werden, der aber unbedingt vorher telefonisch informiert werden sollte.